So und über den ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja liebe Freunde, das heutige Video wird etwas länger als gewöhnlich und das hat den Grund, dass ich heute ein Video darüber machen möchte, wie man richtig in Gold und Silber investiert. Es gibt viele Sachen, die natürlich persönliche Präferenzen sind, aber es gibt ein paar sehr grundlegende Sachen, die man definitiv nicht falsch machen sollte, ansonsten wird man eine ziemlich schlechte Zeit mit dem Gold und Silber investieren, anlegen, was auch immer sparen und so weiter und so fort haben, je nachdem wie man das nennen möchte, auch wenn ihr wisst, dass ich kein Freund vom Investieren bin, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber darüber soll es heute mal gehen. Ja, bevor wir damit auch gleich anfangen, wie immer die kurze Erinnerung, unter dieser wunderschönen E-Mail Adresse verkaufen wir weiter wunderschöne Gold und Silber Münzen und Barren, sowohl historische Münzen aus dem Kaiserreich und aus den USA, tolle Krisenschutzmünzen wie zum Beispiel Dimes oder halbe Mark, eine Mark, Viertel Dollar und so weiter und so fort, aber natürlich auch mittlerweile sehr, sehr viele moderne Münzen, wie zum Beispiel Perth Mint in allen möglichen Farben und Variationen und natürlich auch ganz viele tolle Münzen von anderen Prägestätten, ja, Münzen von der Germania Mint, Münzen von der Scottsdale Mint, Münzen von überall auf der Welt und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt da wieder einige sehr, sehr schöne neue Münzen anbieten können, wie zum Beispiel fast die komplette Queen's Beasts Serie in Silber. Ab und zu haben wir auch mal ein paar Goldmünzen da von der Queen's Beasts Serie, aber gerade im Moment fast die komplette Serie in Silber, also falls euch da irgendwas interessiert, wir haben von jedem nicht super viel, ja, ich glaube so 10 Stück maximal, also eine Tube, aber falls euch da noch was interessiert, natürlich wie immer zu deutschlandweit besten Preisen, ihr wisst Bescheid, ab 100 Euro Versandkosten frei und ab 500 Euro gibt es nochmal signifikanten Rabatt auf den gesamten Einkaufspreis deutschlandweit, ja, Österreich ein bisschen schwierig, wir verschicken natürlich auch nach Österreich, ja, aber da muss man natürlich so ein bisschen gucken, da kann ich nicht ab 100 Euro die Versandkosten gratis anbieten, sondern da gehen wir eher in Richtung 500 Euro, es gibt da natürlich auch noch ein bisschen Rabatt, ja, aber das ist natürlich alles teuer, ja, in ein anderes Land zu verschicken, das muss euch klar sein, wir machen es aber gerne für euch, ne, ist überhaupt kein Problem, müssen wir dann nur nochmal drüber sprechen, wenn euch das interessiert. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt auch gleich mit dem Hauptthema anfangen, kurzer Blick nochmal auf die Sachen, die ich heute mitgebracht habe, ganz kurz, einmal einen schönen 250 km U-Micro-Files über Bachen, sehr cooler, klumpiger, kleiner Bachen, den ich auch schon ziemlich lange habe, weiter geht es mit einer 1 Unzen Gold Luna 3 Tiger aus dem Jahre 2022, eine Münze, die sich in der Wertsteigerung seitdem sehr gut verhalten hat, weiter geht es mit einem sehr schönen Morgendollar aus dem Jahre 1896, Minstate Morgendollar, wie ihr hier sehen könnt, ja, aber mit Patina, sehr cool, weiter geht es mit einer schönen 3 Mark Wilhelm II aus dem Jahre 1910, auch eine coole Münze, nicht sehr teuer, haben wir auch da im Shop, falls euch sowas interessiert, 20 Euro oder so, ne, 22 irgendwie sowas um den Drehkosten, also wirklich nichts besonders teures, aber sehr, sehr coole Münzen. Ja, dann, also, ne, fangen wir mal an mit dem Thema Gold und Silber kaufen. Was muss man machen, was sollte man vermeiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und so weiter und so fort. Wir sprechen heute über alles in der Richtung, ja. Ich werde so ein Video, glaube ich, nochmal in einem Jahr oder so machen, wo ich wirklich auch auf die ganzen einzelnen Produkte eingehen kann, ja, wenn ich das dann auch wirklich kann. Ihr wisst, es ist ein bisschen stressig, den Edelmetallhandel aufzubauen, gerade wenn man überhaupt kein Geld dafür hat eigentlich, ja. Aber wir geben unser Bestes und ich denke mal, alle, die bei mir schon was gekauft haben, können ja auch bestätigen, dass es auch alles sehr gut läuft und wir uns wirklich sehr, sehr viel Mühe geben. Also, ne, es wird, aber es dauert alles und es ist natürlich alles sehr, sehr aufwendig, ne. Einen physischen Laden wollen wir auch machen, wir arbeiten an der Website und so weiter und so fort, das dauert alles so ein bisschen Zeit, aber das werde ich dann nochmal machen. Wir sprechen heute sowohl über das Kaufen von Gold und Silber, von Gold und oder Silber, ja, also über beide, über andere Metalle. Wir sprechen, ich, vielleicht splitte ich es auch in zwei Teile, ganz ehrlich, wenn ich es mir jetzt so angucke, wir sehen es mal, ja. Wir sprechen über das Verkaufen, wir sprechen über das Lagern, über alle möglichen Sachen, die damit in Verbindung stehen und über alles, was mir sonst noch so auf dem Weg dorthin oder davon einfällt. Im Generellen wisst ihr ja, ich kaufe seit ungefähr zwölf Jahren, ja, bald zwölf Jahren Gold und Silber. Ich bin jetzt zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video mache, erst 20 Jahre alt, das heißt, das ist ein großer Teil von meinem Leben. So. Und vor ungefähr sechs Jahren, jetzt zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier mache, habe ich diesen Kanal hier gegründet. Das wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Dann habe ich das ein bisschen gemacht, dann habe ich das wieder ein bisschen männlich gemacht, wieder ein bisschen gemacht, wieder ein bisschen männlich gemacht. Und vor so ungefähr drei Jahren habe ich mich dazu entschieden, das dann doch etwas sinnvoller zu verfolgen. Sagen wir es einfach mal so, anstatt das nur ab und zu mal zu machen, weil das lohnt sich eigentlich jetzt nicht wirklich. Und seitdem machen wir hier eigentlich so um die zwei bis drei Videos jede Woche zu diesem Thema. Ja, letztes Jahr habe ich mich dann dazu entschieden, auch einen Elementalhandel aufzumachen, weil das eigentlich das ist, was mich mein ganzes Leben lang interessiert hat. Also warum zur Hölle sollte ich es nicht machen? Und ich wusste, ich weiß auch über sonst nichts so viel wie das. Also dementsprechend könnte man das ja auch zu irgendwas Nützlichem nutzen. Also habe ich mich dazu entschieden, das zu machen und jetzt befinden wir uns hier, wo wir jetzt über die guten Metalle Gold und Silber sprechen. Wir fangen an mit Gold, würde ich sagen, weil Gold natürlich im Generellen so ein bisschen der große Bruder vom Silber, aber natürlich sollte man Silber auch definitiv nicht unterschätzen. Sprechen wir gleich auch noch drüber. Beim Gold. Was muss man zum Gold wissen? Im Generellen ist Gold natürlich ein Metall, was schon seit sehr, sehr langer Zeit, eigentlich schon praktisch seit es die Menschheit gibt, in der Form, wie es sie heute gibt, nicht mal, ja, auch noch in vielen früheren Formen, Gold war immer gleichbedeutend mit Geld und Wohlstand und so weiter und so fort. War natürlich immer schon seltenes Metall, ich denke mal, das ist logisch, weil es gibt natürlich nur so und so viel Gold auf der Welt. Und bis zum heutigen Zeitpunkt wurde nicht extrem viel Gold gefördert, in etwa die Größe von einem Würfel, den man unter den Eiffelturm schieben könnte. Diese Analogie haben die wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört. Nennt man das überhaupt Analogie? Was weiß ich? Ich habe kein Abitur gemacht, also juckt mich nicht. So, aber das ist natürlich einer der Hauptpunkte, warum Leute heutzutage Gold kaufen. Es ist was Besonderes. Es ist etwas, was seinen Wert über sehr lange Zeit gehalten hat. Gut, man muss fairerweise sagen, das macht das jetzt nicht unbedingt relevant für Leute wie mich und euch, weil wir natürlich nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben und in dieser Lebensdauer natürlich Gold trotzdem sich ziemlich volatil verhalten kann. Nicht muss, aber kann. Aber nichtsdestotrotz ist das eben sowas, was sich eingebürgert hat und es hat auch seine Berechtigung, dass das so ist. Denn natürlich ist es so, dass größere Kursschwankungen am Goldpreis im Generellen im Prinzip nur von der Börse kommen und früher eigentlich nicht wirklich gab, als es noch keine Börse gab. Da war Gold einfach gelb und das hat sich im Wert nicht großartig verändert. So, das also so viel zum Historischen vom Gold. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu zu sagen, aber nur so ganz grob, damit man so eine grobe Ahnung hat, warum man überhaupt Gold kauft. So. Wenn man jetzt heute Gold kaufen würde, um jetzt mal wieder in die heutige Zeit zurückzukommen, dann muss man sich natürlich erstmal entscheiden, okay, welches Gold möchte ich denn haben? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Gold zu kaufen in verschiedensten Ausführungen und in verschiedenen Größen, verschiedenen Preisregionen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal auf so ein paar der häufigsten ein, sagen wir es einfach mal so. Es gibt natürlich erstmal Münzen und es gibt Barren. Bei den Barren gibt es verschiedene Größen. Die fangen in der Regel für den normalen Endverbrauchermarkt bei so ungefähr einem Kilo an und gehen runter bis eigentlich ein Gramm. Es gibt welche, die da drunter liegen, aber die sind dann eigentlich mehr nur so Liebhabergeschichten, also schmeiße ich es jetzt mal raus. Also, das gibt es beim Anlagemarkt für Privatpersonen, so im Generellen. Es gibt die Größen 1 Kilogramm, es gibt die Größen 500 Gramm, dann gibt es 10 Unzen, dann gibt es 5 Unzen, es gibt 100 Gramm, es gibt 2 Unzen, es gibt 1 Unze, es gibt 20 Gramm, es gibt 10 Gramm, 5 Gramm, 2 Gramm, 5 Gramm, ihr kriegt eine grobe Idee. Es gibt bestimmt auch noch irgendwelche Zwischengrößen aus Märkten, die mir jetzt nicht unbedingt bekannt sind, aber das sind so grob die Größen, die es gibt. Und natürlich kann man den Wert dieser Größen relativ schnell feststellen, indem man einfach guckt, okay, was kostet 1 Gramm heute und das dann hochrechnen. Relativ simple Geschichte. So grob, Pi mal Daumen ist der größere Barren vom Aufschlag her immer niedriger als der kleinere Barren, weil der Prägeaufwand natürlich irgendwo ähnlich ist, aber natürlich der größere Barren wesentlich mehr wert ist. Das heißt, die Produktionskosten spielen eine wesentlich kleinere Rolle. So, das so grob zu Barren, es gibt auch noch viel größere Barren, es gibt 100 Unzen Barren, es gibt auch 400 Unzen Barren, 400 Unzen Barren sind die Barren, die Zentralbanken so gerne horten, aber das ist natürlich jetzt nichts für den Privatgebrauch eigentlich. Ja, da kann man jetzt als Privatperson nicht wirklich viel mit anfangen. Gibt es aber auch. Hey, wer so viel Geld übrig hat, why not? Aber im Generellen sind das so die passenden Größen für Barren. Bei Münzen ist es doch mal ein bisschen eine andere Geschichte. Münzen gibt es in unglaublich viel mehr Varianten und Variationen und Motiven und allem Möglichen. Erstmal muss man natürlich Münzen nochmal in Unterkategorien unterscheiden. Das heißt, es gibt im Thema Goldmünzen Anlagemünzen, es gibt seminumismatische Münzen, es gibt numismatische Münzen, es gibt historische Münzen mit numismatischem Wert und... War es das? Ich glaube, das war es. Wir lassen es mal so. Ich meine, da wäre noch irgendwas anderes gewesen. Ach ja, gut, klar, es gibt auch noch Medaillen. Sehr klar. Der Unterschied zwischen Münzen und Medaillen ist im Prinzip, dass ich das gerade auch nochmal einschmeißen kann, der, dass Münzen einen Nennwert aufgeprägt haben und von einem Land herausgegeben werden. Nur den Nennwert aufzuprägen tut es nicht. Es muss tatsächlich auch ein aktuelles Zahlungsmittel, anerkanntes Zahlungsmittel von einem Land sein. Und dann ist es eine Münze, also ein Zahlungsmittel. Eine Medaille ist das nicht. Eine Medaille ist... Naja, eine Medaille halt. So. Also, so viel dazu. Also, wir fangen mal ganz am Anfang an bei den Münzen. Anlagemünzen. Was sind Anlagemünzen? Generell versteht man unter Anlagemünzen Münzen, die mit geringerer Prägequalität gefertigt werden, um den maximalen Goldwert an den Kunden sozusagen weitergeben zu können. So. Hat, wie der Name schon sagt, den Nachteil, dass die Münzen in der Regel von der Prägequalität her nicht so toll sind. Es gibt viele, die ganz schön sind. Die meisten haben sehr einfache Designs. Aber es wird da jetzt nicht unglaublich viel Wert darauf gelegt, dass die Münzen jetzt perfekt sind. Man hat öfters mal Beschädigungen am Rand. Man hat öfters mal leichte Prägevariationen. Nicht... Kein Beinbruch. Ja, es geht dabei ums Gold. Die kann man sehr günstig kaufen. Und dafür sind die da. So. Bekannte sind da zum Beispiel Krügerrand. Die meisten von euch kennen den. Krügerrand gibt es natürlich auch noch in anderen Variationen, die dann keine Anlagemünzen mehr sind. Aber der klassische Krügerrand, Anlagemünze. Dann haben wir natürlich Maple Leaf, American Eagle, bisschen teuer. Bisschen teurer, nicht teuer, teurer. Teurer, teuer ist eine subjektive Einschätzung. Teurer, objektiv. Aber dann haben wir natürlich noch solche Sachen wie Britannia. Was haben wir noch? Känguru. Obwohl die, ja, kann man fast schon in Seminimismatik reinmachen. Es gibt viele Unterkategorien. Ich sag's euch jetzt gleich dazu. Es wird ein bisschen verwirrend, weil viele Sachen in vielem so ein bisschen verschwimmen. Und es nicht super viele Münzen gibt, die man klar zu einer Kategorie zuordnen kann. Aber ich denke, ihr blickt da durch. Und wenn nicht, dann fragt mich halt einfach. Das ist ja ganz einfach. Also so viel an dieser Stelle dazu. Anleagemünzen, ganz klassisch, sind diese Sachen. Sehr nützlich, wenn man eigentlich nur Gold kaufen möchte. Ich persönlich ziehe es vor, lieber auch Münzen zu kaufen, die von der Präqualität her so sind, dass es mich nicht ärgert, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe. Aber generell, wenn man nur Gold möchte, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Und es sind auch schöne Münzen. Hey, das ist überhaupt keine Frage. Und die sind von der Präqualität her jetzt auch nicht grottenschlecht. Es gibt natürlich welche, die sind ein bisschen besser, wie zum Beispiel Maple Leaf. Ja, oder zum Beispiel Australian Kangaroo, obwohl, wie gesagt, nicht so ganz so eindeutig zuzuordnen. Und es gibt auch welche, die sind ein bisschen schlechter. Auf die schlechteren will ich jetzt nicht eingehen, weil ich niemanden in die Fahne hauen will. Aber es gibt sie. So. Weiter geht's mit der Seminumismatik. Da habe ich sogar ein Beispiel hier nämlich gerade. Das sind nämlich solche Münzen wie diese hier. Ein Unzen Luna 3 Tiger in diesem Fall. Ein Unzen Luna Serie im Generellen waren immer schon seminumismatische Münzen. Das sind im Generellen Münzen, die von der Präqualität her höher liegen als normale Anlagemünzen. Münzen normalerweise ein aufwendigeres Design haben, normalerweise eine Auflage haben, aber müssen nicht. Müssen keine Auflage haben, haben aber meistens eine. Und die auch normalerweise dann zum Beispiel in Kapseln kommen, anstatt nur in Tuben und so weiter und so fort. Ja, einfach Münzen, die etwas besser behandelt werden, von besserer Qualität sind und aber trotzdem erschwinglich sind. Ja, von, ich sage jetzt mal so zwischen, ja sagen wir mal so zwischen 8 und vielleicht 15 Prozent, vielleicht sogar 20 Prozent über dem Goldpreis. Weil Silber ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das sind so die Seminumismatik Münzen im Gold. So. Wie gesagt, da gibt es auch nochmal in einem bestimmten Spektrum halt. Ja, schlag nochmal 5 Prozent auf oder was auch immer. Das ist nicht so ganz so klar definiert. Es ist eigentlich gar nicht klar definiert. Es ist einfach so das, was sich so über die Zeit hinweg rauskristallisiert, sagen wir es einfach mal so. So. Also so viel an dieser Stelle dazu. Das sind so Seminumismatik Münzen. Da gibt es unglaublich viele von. Es gibt einmal die Luna-Serie, es gibt Koalas, es gibt Coca-Boas. Das ist nur die Perthment. Ja, die Perthment hat auch noch 40.000 andere Seminumismatik Goldmünzen rausgebracht über die letzten Jahre. Und Jahrzehnte. Das war eine Übertreibung. Ihr wisst Bescheid. Bitte nehmt das nicht alles so wörtlich. Von allen anderen Prägestätten gibt es das praktisch eigentlich auch. Ja, also da gibt es sehr viel Auswahl. Warum kauft man das? Im Prinzip eine ganz einfache Sache. Wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr aus. Wie gesagt, wir sprechen hier irgendwie von vielleicht 5 oder 10 Prozent. Das ist wirklich nicht die Masse. Und man kriegt dafür eine Münze von wirklich viel besserer Prägequalität. Aber nicht nur das. Man bekommt auch zusätzlich noch die Möglichkeit, dass diese Münze im Wert steigt mit der Zeit. Und zwar nicht nur im Goldwert, sondern auch im Sammlerwert. Das ist wirklich eine Sache, die bei vielen dieser Münzen von bekannten Serien mit bekannten Motiven, die auch wirklich gut laufen, fast garantiert ist. Dass man die, wenn man sie zum Ausgabepreis kauft, sicherlich mit Gewinn verkaufen kann. Zumindest wenn man sich statistisch anguckt. Hey, ich meine, braucht ihr mich jetzt nicht zu zitieren. Ihr müsst euch da selbst um eure Sachen kümmern. Aber nach dem, was ich gesehen habe über die letzten Jahre hinweg, ist es definitiv der Fall. Wir zum Beispiel haben im Moment da einen Somalia Leopard, der demnächst kommt. Diese Münze ist so ungefähr 10 Prozent im Wert gestiegen. Seitdem herausgekommen ist, die ist erst zwei Jahre alt. Das ist jetzt nicht die Masse. Das ist ganz klar. Aber das ist trotzdem etwas Zusätzliches. Somalia Elefant zum Beispiel steigt mit den Jahren ziemlich stark im Wert. Somalia Leopard und Elefant haben den Vorteil, dass die mit sehr, sehr kleinen Prägezahlen geprägt werden, aber trotzdem sehr bekannt sind. Warum auch immer. Weiß ich auch nicht so ganz, wie das geklappt hat. Aber hat irgendwie geklappt. Ist natürlich eine besondere Situation. Aber deswegen verhalten die sich eben sehr, sehr gut im Wert. So, andere Münzen, die wir im Moment da haben mit Seminumismatik, sind zum Beispiel auch 1 Unzen Gold Australian Emu. Haben wir eine 2019er da. Ebenfalls so grob 10 Prozent gestiegen, seit die rausgekommen ist. Wenn man es jetzt mit dem aktuellen Goldpreis vergleicht, mit dem damaligen Goldpreis natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber so halt. Das ist jetzt auch, das sind 100 Euro Unterschied zu der aktuellen, grob. Vielleicht ein bisschen mehr, 150 so um den Dreh. Aber das sind Münzen, die immer noch erschwinglich sind und die unter Umständen eine Wertsteigerung in Zukunft erzielen könnten. Das kommt eben darauf an, wie die Serie weiter verläuft. Und das ist immer das, was man halt so ein bisschen mitkauft, dieses Risiko. Aber diese Möglichkeit gibt es. Es gibt diese Münzen mit schöneren Designs, mehr, ich sage jetzt mal, Diversität, auch wenn das ja heutzutage ein sehr vorbelastetes Wort ist. Aber wir nehmen es einfach mal. Und natürlich auch generell einfach die Möglichkeit, eine Wertsteigerung, abgesehen vom Goldpreis, noch zu erzielen, was für viele Leute ganz cool ist. So, also, soviel an dieser Stelle zu Seminumismatik. Dann haben wir natürlich noch normal numismatische Münzen. Ist so ein bisschen eine kritische Geschichte. Warum? Weil moderne Numismatik in der Regel sich nicht super toll im Wert verhält. Warum ist das so? Das habe ich in vielen Videos früher schon mal erklärt. Nach dem, was ich gesehen habe über die letzten Jahre hinweg, ist es so, dass es Münzen sind, die meistens in Vergessenheit geraten. Warum? In der Regel werden die mit sehr kleinen Prägezahlen geprägt. 100 Stück, 500 Stück, vielleicht auch mal 1000 Stück. Aber das sind eine Zahl, die kommen raus, die werden aufgekauft vom Markt und es erscheint nichts mehr am Markt davon. Das heißt, die Leute vergessen, dass die Münze existiert. Wenn Leute vergessen, dass etwas existiert, gibt es dafür auch keine Nachfrage mehr. Aber wenn man keine Nachfrage mehr hat, ist das sehr, sehr schlecht für ein wertvolles Produkt. So viel kann ich euch dazu mal sagen. Es ist problematisch. Moderne Numismatik sollte man im Prinzip dann kaufen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man diese Münze super toll findet und sagt, ich möchte die haben, ich möchte mir die wohin stellen, ich möchte mich daran erfreuen und ich habe wirklich Zeit dafür, sie zu verkaufen, wenn ich sie verkaufen möchte mal. Ich habe auch schon von vielen Leuten stark numismatische Münzen angekauft. Es dauert einfach, die Sachen zu verkaufen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen mal machen kann. Wenn ein Händler die ankauft, nimmt er dafür normalerweise viel Marge, weil es totes Kapital ist, solange man es verkaufen kann. Und es dauert manchmal echt lange. Das ist vollkommen klar. Also dementsprechend ist das so eine Geschichte, da muss man wirklich vorsichtig sein und sich sicher sein, was man macht. Ich habe auch schon mit vielen von solchen Münzen gut Geld verdient. Das ist überhaupt nicht das Thema jetzt gerade. Aber es ist eben eine Geschichte, man sollte sich das überlegen, wie man da was macht, bevor man es macht am besten. Nicht, dass man dann im Nachhinein sich ärgert oder sonst irgendwas. Niemand will sich ärgern. Ärgern ist Kacke. Also lasst das einfach und bitte guckt, dass ihr wirklich da was kauft, was ihr wirklich haben möchtet. Und nicht irgendwas, wo ihr euch irgendeinen Gewinn von versprecht. Kurzer Spoiler an der Stelle. Das ist generell sowieso ziemlich dumm, das im Gold- und Silber-Bereich zu machen. Weil diese Sachen generell, wenn überhaupt, dann als Sicherheit fungieren und nicht, um jetzt irgendwo Rendite zu ziehen. Dafür kann man enormes Risiko mit Aktien eingehen zum Beispiel, wenn man das möchte. Aber soviel an dieser Stelle dazu. Generell, numismatische Münzen von dem, was an Qualität da rauskommt und an dem, was auch an Arbeitsaufwand reingeht, natürlich sehr, sehr toll. Und es ist schon was Tolles, wenn man eine Münze hat, die wirklich von der Qualität her viel besser ist als andere und auch viel schöner ist. Ich habe nicht viel Numismatik. Ich gebe euch jetzt aber nur mal so ein grobes Beispiel. Wir haben zum Beispiel im Moment eine 1kg 2011 Luna Hase von der Luna 2 Serie in polierter Platte dabei. Die hat so eine tolle Schatulle, man hat so ein Zertifikat. Es wurden 500 Stück nur davon hergestellt, weltweit. Das ist halt auch schon alleine ziemlich cool. Aber da muss man natürlich auch sagen, diese Münze hatte jetzt aktuell einen Materialwert von so grob 800 Euro. Die wurde damals verkauft für viel Geld. Damals, wenn man sich diesen Silberpreis von damals anguckt und das mit heute vergleicht, wirklich viel, viel, viel Geld. Ich weiß den benauen Betrag leider nicht. Das hat mir jemand so grob angedeutet und ich habe schon gedacht, oh je. Okay, aber und wir verkaufen die jetzt für nicht, also für Numismatik Silber, weil Silber alleine kriegt man ja gar nicht unter 30% Aufschlag. Großartig, wenn es jetzt nichts, irgendwas Gebrauchtes ist. Ich glaube, die liegt bei so 75%, vielleicht auch nur 65% Aufschlag. Also wirklich nicht die Masse über dem Silberpreis. Und es ist eine unglaublich seltene Münze in einer tollen Prägequalität. Aber nur mal so dazu, das ist halt das, wie die sich dann mit der Zeit auch wieder verhalten können, diese Münzen. Dann ist es natürlich, wenn die am Boden angekommen sind von ihrem Wertverlust, sagen wir es einfach mal so, dann wäre natürlich eigentlich der Moment, wo man sagt, kauf mal vielleicht mal. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, habe ich mich schon ziemlich gefreut. Aber das sind solche Geschichten. Sehr technisch, diese ganze Sache. Und da gibt es viel zu bedenken in allen möglichen Richtungen. Da muss man sich wirklich gut mit auseinandersetzen und dann auch auskennen, damit man da was Gutes zustande bringt. Sagen wir es einfach mal so. Dann gehen wir weiter zu den historischen Numismatik-Münzen. Es gibt natürlich einmal historische Münzen, die nicht numismatisch sind. Schmeißen wir jetzt vielleicht auch nochmal schnell hier mit rein. Einfach Münzen, von denen zu viele geprägt wurden, um irgendeinen Sammlerwert zu erzielen. Meistens waren das alles Zahlungsmittel. Das heißt, logischerweise als Zahlungsmittel braucht man ziemlich viele Münzen. Und, ja, klassisches Beispiel dafür sind zum Beispiel Franken-Freneli, 20-mal Quillen der Zweite, Preußen, nicht von den seltenen Jahrgängen, von den millionenfach geprägten. Was gibt es da noch? Ja, vielleicht noch Liberty Head Eagle oder sonst irgendwas. Solche Geschichten, wovon es einfach sehr, sehr viel gab. Dukaten, Österreich, all so ein Zeug. Aber wir sprechen ja jetzt über die, also nochmal kurz eingeschmissen, diese Münzen normalerweise relativ günstig zu bekommen, normalerweise relativ wenig Aufschlag, 900er Feingehalt in der Regel. Und, also wirklich auch was, wo man sagen kann, ja, das ist eine ganz gute Geschichte. Manchmal auch tatsächlich ganz schöne Münzen, weil die mit viel Aufwand damals hergestellt wurden, aber natürlich in der Regel abgegriffen. So, also soviel dazu. Aber wir sprechen ja jetzt über die numismatischen historischen Münzen. Ein bisschen schwieriges Thema. Hat viel mit Zustand zu tun. Sollte man von einem Händler kaufen, der sich wirklich gut auskennt damit. Wie zum Beispiel uns. Aber gibt auch viele andere. Ist nicht ganz einfach, den Zustand immer genau anzugeben, was diese Münze jetzt wirklich für einen Zustand hat. Kommt auf viele verschiedene Kriterien an. Wie gesagt, sollte man irgendwo kaufen, wo man sich auch auf den Händler ansatzweise verlassen kann. Es ist problematisch, wenn die Münzen stark gereinigt sind. Wenn busy gereinigt ist, ist in der Regel nicht schlimm, weil man es nicht mehr sehen kann. Nach einer bestimmten Jahresanzahl an Jahren, die über diese Münze hinweggegangen sind. Wenn die jetzt irgendwann vor 50 Jahren mal gereinigt wurden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man das heute noch feststellen kann. Es sei denn, die Münze lag seitdem in der Sammlung. Beziehungsweise formulieren wir es mal um. Wenn die vor 100 Jahren oder so mal gereinigt wurde. Aber vor 50 Jahren war es kein Zahlungsmittel mehr. Also dementsprechend ja. Aber das sind natürlich Sachen, es ist sehr nützlich, wenn man da zum Beispiel zertifizierte Münzen kauft. Wir haben viele zertifizierte von PCJS oder NGC. Das sind im Prinzip Firmen, die nichts anderes machen, als Münzen zu bewerten. Das macht denen sehr, sehr viel Spaß. Da zahlt man denen ein bisschen Geld für. Und dann geben die einem den genauen Erhaltungsgrad. Oder zumindest versuchen sie es einem, dem genauen Erhaltungsgrad zu geben. Natürlich gibt es keinen genormten Erhaltungsgrad. Jede Münze ist unterschiedlich und es ist immer so ein bisschen eine subjektive Einschätzung. Aber im Generellen ist das, wofür die da sind. Also eine ganz coole Geschichte. Numismatische Münzen können teilweise exponentiell im Wert steigen. Im Generellen, über die Zeit hinweg, verhalten die sich in der Regel nicht schlecht in der Wertsteigerung. Gerade solche Münzen wie zum Beispiel aus dem Kaiserreich, alte Münzen aus den USA usw. Je älter die werden, desto teurer werden sie in der Regel. Und auch noch wesentlich mehr als nur den Metallpreis. Wenn man irgendwas kauft, was zumindest irgendwo selten ist. So viel dazu. Aber wie gesagt, das ist nicht super einfach. Ich werde über diese Geschichte mit den historischen Münzen nochmal ein spezielles Video machen müssen. Wenn ich dafür Zeit habe. Aber das ist aufwendig. Also da brauche ich dich ein bisschen Zeit für, um das auch so zu erklären. Dass es auch jeder irgendwo versteht. Es hat mich ein paar Jahre gedauert. Es hat für mich ein paar Jahre gedauert. Es hat mich ein paar Jahre gedauert. Was ist das denn für ein Satz? Egal. Es hat für mich ein paar Jahre gedauert, bis ich das wirklich so verstanden habe, dass ich es anwenden konnte. Und nochmal einige Zeit, bis ich es so verstanden habe, dass ich mit diesen Münzen noch handeln konnte. Also das ist nicht so super einfach. Aber es sei hier auch erwähnt, diese Möglichkeit gibt es ebenfalls. So viel an dieser Stelle dazu. Großer Ausholer war das Ganze jetzt. Wenn man jetzt Münzen oder Barren kaufen möchte, wo sollte man das tun? Jetzt erstmal nur im Gold. Ja, ihr wisst Bescheid. Wo sollte man das tun? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erst einmal gibt es die Möglichkeit bei einer Bank. In der Regel ist das sehr teuer, weil diese Bank natürlich in der Regel nicht mit Gold und Silber primär handeln, sondern Bankensachen machen. Was das jetzt ist, kann jeder für sich selbst irgendwie so sich zurechtspinnen. Aber im Generellen machen Banken ihre Bankengeschäfte und handeln nicht mit Gold und Silber. Zumindest nicht an Privatpersonen. Bankengeschäfte hat natürlich auch viel mit Gold, wie auch immer. Das ist also die Möglichkeit. In der Regel sind die Gebühren für das Anliefern sehr hoch. In der Regel sind die Preise ziemlich kacke. Ich habe immer mal wieder ein, zwei Leute, die mir in die Kommentare schreiben, nein, meine Bank ist super und ich kaufe da nur mein Gold und das kostet mich so wenig. Okay. Ist alles gut. Lassen wir gelten. Könnt ihr gerne weiter so machen. In der Regel bei 99% der Banken ist es nicht so. Es sei denn, man vergleicht es jetzt mit irgendeinem super Torenhändler. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber das ist eine Geschichte. Es geht. Es ist für viele Leute das, was sie machen. Es ist für viele Leute nicht die beste Idee. Man kann es machen. Man kann es zumindest mal versuchen. Vielleicht überraschen die einen ja doch. Hey, wer weiß. Aber in der Regel teuer. Und man kriegt natürlich auch da nur die absolute Standardware. Ja, soviel an dieser Stelle zum Thema Banken. Aber es gibt natürlich auch noch Alternativen. Und es gibt sogar noch mehrere Alternativen. Nicht nur eine. Es gibt einmal natürlich die Alternative bei einem Händler, wie zum Beispiel mir, irgendeiner Fachkraft, in Anführungszeichen, die sich damit schon sehr lange beschäftigt hat und sich damit gut auskennt und alle möglichen Münzen in allen möglichen Ausführungen einem anbieten kann für hoffentlich sehr gute Preise. Ihr wisst, ich schreibe es mir auf die Fahne, die besten Preise anzubieten. Ich hoffe, dass es auch immer so stimmt. Natürlich kann ich nicht jeden Händler kontrollieren auf der Welt. Das ist ja klar. Oder beziehungsweise in Europa. Logischerweise in anderen Ländern sind die Preise eh nochmal anders. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Viele Händler haben das nicht als Ziel. Das ist auch völlig okay. Ich gönne es auch jedem Händler, wenn er die Sachen für mehr verkaufen kann. Das ist überhaupt kein Ding. Ich mache es halt lieber günstig. Aber soviel an dieser Stelle dazu. Es gibt viele andere tolle Händler noch außer mir. Ich habe natürlich nicht super die Auswahl, weil kleiner Händler neu angefangen und so weiter und so fort. Ja, ihr wisst Bescheid. Aber es gibt viele andere tolle Händler, die auch einen sehr guten Job machen und die einem auch noch wesentlich mehr anbieten können, weil, ja, weil halt. Und das ist eine gute Sache. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund von Händlern. Also nicht, weil ich irgendwen persönlich kenne. Sondern seit ich angefangen habe, damit diese Sachen zu kaufen, bin ich damit eigentlich immer sehr gut gefahren, abgesehen von den ab und zu mal passierenden Fehlerchen, wo ich Sachen gekauft habe, die einfach bei diesem speziellen Händler viel zu teuer waren im Vergleich zu anderen Händlern. Mit viel zu teuer meine ich jetzt nicht einen Unterschied von 5%, der vielleicht mal passieren kann, sondern einen Unterschied von 50%, der jetzt nicht unbedingt passieren sollte. Ja, unschön, aber heyho, passiert. In der Regel ist der Unterschied übrigens nicht so groß. Das war jetzt einfach nur ein extremes Vorkommnis, sagen wir es einfach mal so, was ich auch so hoffentlich nicht wieder wiederholen wird. Aber es gibt natürlich signifikante Unterschiede zwischen den Preisen von Händlern. Gut zum Vergleichen sind dafür solche Preisvergleichsseiten wie goldpreisvergleiche.de oder wie auch immer man das heißt. Oder gold.de zum Beispiel. Ich kriege von denen dafür überhaupt nichts. Es ist keine Werbung. Das ist einfach nur das, was ich früher benutzt habe und auch heute noch ab und zu benutze, um mir Preise anzugucken, um die zu vergleichen und so weiter und so fort. Nützlich. Allerdings sind da nicht alle Händler gelistet. Ich zum Beispiel nicht. Warum nicht? Weil ich viel zu klein dafür bin. Also das sollte man in Betracht ziehen. Die lokalen Wünshändler, die bei euch jetzt vielleicht so rumgeistern, die sind da ebenfalls nicht gelistet. In der Regel. Und ich weiß gar nicht warum. Das kostet wahrscheinlich Geld. Nehme ich an. Keine Ahnung. Ich hatte in letzter Zeit, jetzt kann ich nochmal das gerade ausnutzen, dass ich nicht davon gesponsert werde. Ich hatte in letzter Zeit auch so ein paar nervige Vorkommnisse mit zum Beispiel gold.de, aber auch gold.de, wo die Seite einfach so ein bisschen rumgespackt hat und ich da nichts zur Rande bekommen habe. Das ist ein bisschen nervig ab und zu. Bei gold.de gibt es leider im Moment sehr, sehr viel Werbung. Das finde ich nie so cool. Liebe Leute von gold.de, ich verstehe, dass ihr irgendwo damit Geld verdienen müsst. Aber ich würde halt die Seite trotzdem ganz gerne noch benutzen, so wie sie normal funktioniert. Ich fand sie früher super. So ein, zwei Werbeanzeigen sind ja okay. Aber so nach vier, fünf, die so in das Bild reinploppen und irgendwo reinfliegen, vielleicht guckt ihr da lieber nochmal, dass ihr das irgendwie ein bisschen besser löst. Weil das nervt ein bisschen. Nur so ein bisschen. Nicht schlimm, aber wenn man sich so ein paar Stunden mit der Website beschäftigt, was ich manchmal machen muss, dann geht es schon einem auf den Sack. Ich sage es nur, es ist nur gut gemeint. Ich möchte keinen damit kritisieren. Ihr wisst Bescheid. Jeder muss irgendwie sein Geld verdienen. Ganz wichtig. Ich habe hier auf dem Kanal früher viel Werbung gemacht. Das weiß ich auch. Das mache ich heutzutage zum Glück nicht mehr. Aber nicht so cool. Also wie gesagt, solche Preisvergleiche sind sehr wichtig. Da könnt ihr hingehen und da könnt ihr gucken, welcher Händler was für was verkauft und welcher Händler welchen Preis anbietet und was die Versandkosten kosten und so weiter und so fort. Wichtig. Bei uns sind die Versandkosten gratis, wisst ihr. Aber bei anderen Händlern nicht. Bei eigentlich jedem anderen Händler nicht. Und ja, also soviel dazu. Aber natürlich ist es trotzdem so, da gibt es viele, viele, viele Unterschiede. Was man leider nicht sehen kann auf diesen Seiten, wie zum Beispiel Goldtee und so weiter und so fort, ist, wie die Händler dann tatsächlich mit ihren Kunden umgehen. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Das müsst ihr einfach ausprobieren, welcher Händler euch da gefällt. Da gibt es viele gute. Es gibt auch viele, die so ein bisschen nervig agieren und einem dann monatelang kein Zeug schicken. Deswegen, ja, schwierig. Ihr habt da ja auch schon viele Videos drüber gemacht. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon, wenn ihr den Kanal schon mal ein bisschen geguckt habt. So, also das ist weniger gut. Weniger ideal, sagen wir es einfach mal so. Ne, so. Aber im Generellen sehr nützliche Plattformen. Und die Händler, die dort sind, sind zumindest im Generellen keine Betrüger. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Weil da kommen wir nämlich auch gleich noch drauf zu sprechen. Das ist nämlich ein signifikantes Problem hier. Aber gut, bevor wir das auch gleich machen, würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal gerade weiter mit dem guten alten Gold. Ihr habt euch jetzt einen Händler ausgesucht. Ihr denkt, ja, der bietet einen Preis an, der kommt mir ganz fair vor. Was Leute so über dich erzählt haben, das hört sich ganz gut an. Jetzt ist natürlich die Entscheidung, bestellt ihr was oder geht ihr hin und holt es ab? Ja, im Generellen, wenn es über 2000 Euro ist, bringt es euch nicht wirklich viel, es vor Ort zu kaufen. Weil es ist so oder so nicht anonym. Ich würde vielleicht auch argumentieren, dass es sogar bei einem Online-Kaufen ein bisschen mehr anonym ist. Weil natürlich es nur darauf ankommt, ob das Paket ankommt. Ja, ob ihr da jetzt wirklich wohnt. Aber egal, das ist auf jeden Fall so viel dazu. Im Generellen, es ist nicht so ein Riesenunterschied. Man hat natürlich so ein klitzekleines Risiko, dass irgendwas auf dem Versandweg nicht funktioniert. Beziehungsweise, das ist nicht euer Problem als Kunde. Euer Problem als Kunde ist es nur, falls es euch jemand von der Haustür klaut. Das ist nämlich nicht mehr versichert. Normalerweise unter der Versandversicherung von Händler. Und wenn das Paket zugestellt ist und es verschwindet, dann wurde es halt bei euch geklaut. Das ist halt euer Problem dann. Aber wenn ihr euch ins Auto setzt und irgendwo hinfährt, gibt es auch eine statistisch nicht unglaublich kleine Chance, dass auch irgendwas passiert. Das Leben ist voller Risiken, Leute. Irgendwas muss man eingehen. Da braucht man sich nicht großartig Gedanken drüber zu machen. Einfach gucken, dass man es so am besten regelt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, am geringsten ist. Also das ist eine wichtige Geschichte. Sollte jeder mal was von gehört haben. Aber wenn ihr euch jetzt entscheidet, okay, ich möchte es bestellen, bestellt ihr es und es wird euch zugeschickt. Entweder mit Wertversand oder normal mit einem Paketzusteller. Normalerweise versichert. Und normalerweise mit Sendungsverfolgung. Müsste eigentlich mit Sendungsverfolgung. Wir verschicken nichts ohne. Es gibt bestimmt auch Händler, die das auch ohne machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum genau. Weil der Händler dann natürlich die Arschkarte gezogen hat, wenn es verloren geht. Weil er dann in jedem Fall da verhaften muss. Aber hey, was soll man dazu sagen? Jetzt habe ich ja noch die Kamera angestoßen. Aber ja, das ist in der Regel so das. Geht relativ schnell. Normalerweise sehr problemlos. Ich verschicke im Monat ein paar hundert Pakete. Es ist bis jetzt. Irgendwo habe ich hier Holz. Wir klopfen einfach mal hier drauf. noch nichts Signifikantes verloren gegangen. Kleinere Geschichten. Nicht so schlimm. Aber hoffen wir mal, dass es so bleibt. Wenn ihr jetzt irgendwo hinfahrt, um dort was zu kaufen, könnt ihr es natürlich barbezahlen. Das ist ein Riesenvorteil. Da stimme ich auch auf jeden Fall zu. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund von Bargeschäften. Deswegen möchte ich ja auch einen physischen Laden eröffnen. Ich finde, Bargeld ist super wichtig. Und wir dürfen das Zeug nicht verlieren. Weil ansonsten verliert man ein sehr großes Stück von seiner Freiheit, liebe Freunde. Und unsere Freiheit sollten wir behalten. Weil wir kriegen sie nicht zurück. Einfach so. Also so viel an dieser Stelle dazu. Aber im Generellen ist das natürlich eine Geschichte vielleicht ein bisschen persönlicher. Wenn man hingeht und sagt, okay, ich hole das jetzt hier ab, hat man vielleicht auch eine persönliche Bindung dann irgendwann zu einem Händler, wenn der jetzt nicht super weit entfernt ist. Weil ihr wisst, bei den heutigen Spritpreisen, es ist sehr schwer, das zu rechtfertigen. Bei ein paar Euro Versandkosten. Aber hey, ich kann es absolut verstehen, wenn man das lieber macht. Ich persönlich würde es lieber machen. Ich wohne leider ellenweit weg von irgendeinem nächsten Händler. Und mittlerweile brauche ich es auch nicht mehr, weil ich bin selber Händler. Ja, dementsprechend so viel an dieser Stelle dazu. Ja, in der Regel, wenn man sich jetzt dazu entschieden hat, ich kaufe das jetzt online, ich kaufe das jetzt lokal, wofür man sich auch immer entschieden hat, ja, dann ist natürlich noch die Frage, vielleicht hat man es auch schon vorher entschieden, vielleicht entscheidet man das erst jetzt. Völlig egal eigentlich. Was will ich denn eigentlich kaufen? Haben wir eben gerade schon darüber gesprochen, über die verschiedenen Kategorien von Goldprodukten oder von denen man sich dann etwas aussuchen kann. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Budget an und so weiter und so fort. Und was teurer und günstiger ist, haben wir ja ebenfalls schon besprochen. Eine wichtige Sache gibt es da allerdings noch. Man sollte sich relativ sicher sein, dass man bei dem Händler, wo man jetzt was kauft, auch wieder verkaufen möchte. Weil in der Regel ist es so, dass jeder, der Gold oder auch Silber kauft, es irgendwann auch wieder verkaufen möchte. Das heißt, wenn die Ankaufspreise von diesem Händler leider grottenschlecht sind, sollte man das wirklich sich gut überlegen. Ist so eine wichtige Geschichte, vergessen viele Leute leider, aber das ist so eine Sache, bitte im Hinterkopf behalten. Also, so viel zum Thema Gold. Was ihr euch kauft an Gold, eigentlich letzten Endes nicht so wichtig. Ihr müsst es aus den richtigen Gründen tun. Wenn ihr euch Gold kauft, bitte seht davon ab, das zu kaufen, weil euch irgendjemand erzählt hat, dass es jetzt auf keine Ahnung wie viel zig Milliarden, tausend Euro pro Unse steigt. Bitte macht das nicht. Das wird es nicht tun, zumindest solange diese Währung, in der wir es abzeichnen, noch irgendwas wert ist. Und es ist auch nicht dafür da. Es ist was für Leute, die das Metall schön finden, die gerne zum Beispiel Münzen sammeln, die sich damit gerne beschäftigen. Und vielleicht Leute, die ein bisschen Geld auf lange Zeit anlegen möchten, sodass sie es nicht einfach wieder ausgeben, weil sie wissen, dass es auf dem Konto eh nicht hält. Für sowas ist Gold da. Auch Silber übrigens. Gleiches Spiel. Silber ist ein bisschen volatiler. Da sprechen wir dann, ich glaube, beim nächsten Mal drüber, weil dieses Video ist schon sehr lang wieder. Aber das ist so eine Geschichte, das ist wichtig. Das ist echt wichtig, dass man das nicht falsch macht. Wenn ihr euch dann entschieden habt, wo ihr euer Gold kaufen möchtet, bitte. Und das ist wirklich eine der fast wichtigsten Sachen bei dieser ganzen Geschichte. Guckt euch den Laden ganz genau an. Wenn das jetzt gerade, wenn das online ist, bitte guckt euch ganz genau an, was das für den Laden ist. Es gibt keine Rabatte im zweistelligen Prozentbereich für irgendwelche Anlageprodukte beim Gold, wo es dann noch mit dem Preis unter Spot geht oder sonst irgendwelche Geschichten. 500 Euro Neukundenrabatt oder irgend so ein Bullshit. Leute, bitte. Es gibt für viele von euch, die sich vielleicht noch nicht viel mit dem Thema Edelmetall beschäftigt haben. Es gibt im Internet sehr, sehr viele Betrugsshops. Fallt da bitte nicht drauf rein. Okay? Wenn ihr angefangen, jetzt erst gerade mit dem Kauf von Gold und Silber oder Edelmetall im generell, haltet euch bitte an irgendwelche bekannten Händler. Keine Versuche machen mit irgendwelchen Geschichten, wo ihr denkt, ja, das hätte ich jetzt schon gerne, diese 500 Euro Neukundenrabatt, aber es ist ja komisch, dass das dann viel weniger ist als der Goldpreis. Nein. Nein. Bitte lasst es. Bitte macht es nicht. Das Geld ist weg. Es kommt nie wieder, das Geld. Okay? Die Leute verschwinden einfach. Das Geld kommt nie wieder. Ich habe schon sehr viele, sehr, sehr weitreichende Videos hier auch auf dem Kanal gemacht über diese Geschichten mit Betrugsshops. Betrug sogar in Kommentaren von YouTube-Videos. Vorsicht auch an dieser Stelle. Aber es ist wirklich sehr wichtig, dass man diesen Sachen aus dem Weg geht. Das ist eigentlich so fast das mit Abstand am teuersten, was man in irgendwelchen Fehlern machen kann. Also wirklich passt da auf. Gut. Wenn ihr diese Sachen umgeht, um umgangen habt, sagen wir es mal so, dann ist natürlich diese Geschichte, ihr habt jetzt euer Gold. Ich hoffe, ihr freut euch über euer Gold. Ihr solltet euch darüber freuen, weil es haben nicht viele Leute Gold. Also sehr coole Sache. Jetzt ist aber natürlich die Sache, was macht ihr denn jetzt damit? Wo packt ihr es denn jetzt am besten hin, sodass es nicht wegkommt? Das ist tatsächlich so die größte Problematik beim Gold im Generellen, weil natürlich so eine Münze, die ist jetzt nicht wirklich groß. Die hat so ein schönes Verlierformat, sage ich immer ganz gerne, was man schnell mal irgendwo hinlegen kann und dann denkt, wo habe ich das jetzt nochmal hingelegt? Ja, sollte nicht passieren. Am besten irgendeinen Aufenthaltsort für dieses Gold festlegen, der nicht offensichtlich ist, bitte, wo es nicht irgendjemand aus Zufall finden kann, der vielleicht mal bei euch zu Hause ist. Aus welchen Gründen auch immer. Völlig egal. Es darf niemand einfach so random finden, wenn er irgendwas macht. Am besten ist es natürlich, man hat die Möglichkeit, irgendwo einen versteckten Tresor unterzubringen. Das heißt, es ist erstens versteckt. A, das heißt, es ist nicht offensichtlich und zweitens bietet auch noch einen signifikanten Widerstandsgrad. Unter VDS-Klasse 2 sollte man damit jetzt nicht unbedingt anfangen, wenn man einen signifikanten Wert an Edelmetallen lagern möchte. Das kostet ja die Welt, das kostet 1000 Euro, so ein Ding. Wenn man Zehntausende von Euro in Gold investieren kann, sollte man sich das überlegen. Aber im Generellen, es tut auch was Kleineres. Man kann es auch nur verstecken, sonst die Geschichten, habe ich auch schon viele Videos darüber gemacht, könnt ihr euch auch gerne angucken. Führt jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich das jetzt alles nochmal hier erkläre. Aber im Generellen, bitte passt darauf auf, dass es keiner einfach so findet und passt darauf auf, dass ihr es nicht einfach so verlieren könnt. Das ist schon mal das generell Wichtige dabei. Und im Generellen auch nochmal hier kurz eine wichtige Information an dieser Stelle. Es ist immer besser. Es wissen so wenig Leute wie möglich, dass ihr Gold habt. Okay? Also bitte einfach keinem erzählen und fertig ist. So. Relativ simple Geschichte. So. Weil in dem Fall kriegt es keiner mit und kommt auch nicht auf die Idee, irgendwelche Dummheiten zu machen. Genau. Gut. Soviel erstmal zum Thema Gold. Ich denke, ich werde das Video für Silber jetzt hier anhängen, aber ich werde es erst morgen hochladen, weil das jetzt einfach an dieser Stelle hier ein bisschen zu weit führt. Und ich will hier kein stundenlanges Video hochladen. Also ich hoffe, euch hat dieser Teil gefallen. Morgen kommt der zweite Teil zu Silber. Ich hoffe, der wird genauso gut. Ich gebe mir alle Mühe. Ich habe jetzt hier nichts vergessen. Falls ihr irgendwas vergessen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema oder irgendeiner anderen, schreibt es mir sehr gerne ebenfalls in die Kommentare. Super gerne natürlich das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen. Und auch sehr gerne diesen wunderschönen Kanal abonnieren. Und dann bis morgen zum zweiten Teil. Macht's gut.